hallo zusammen ich zeige euch hier heute mal den neuen npc der am kommenden dienstag ingame kommt und zwar ist das der finsterhase habe ich euch rechts mal eingeblendet ziemlich düsterer charakter passt aber auch irgendwie zur season und den werdet ihr hier bei hydro 16 finden es kann sein und das wird höchstwahrscheinlich sogar so sein dass er in dem hauptgebäude ist dass ihr hier seht oder er läuft draußen um werdet ihr sehen am dienstag habt ihr ihn drinnen mit 9 5 weiteren stempel kam mpc 15 werdet ihr hier bei der radio station finden der orientierungspunkt heißt fn radio und der wird dann der raven oder raben mpc sein auch der bringt weitere fünf stempel karten mit sich findet ihr auch am kommenden dienstag ingame und dann habt ihr jetzt schon mal hier die location wo ihr ihn findet